Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Order 1886. Ich nehme an, wir nähern uns dem Finale. Wir legen los. Wenn die meisten Menschen sagen, entscheiden die technische Reparation mit der ganzen Stadt übernommen zu haben. Das stimmt nicht. Einer dieser Leute, der ist eine Luft. Der Wissler fliegt. Der Weißler, der Flüchtlinge, ist noch mal. Das ist für uns nicht. Die von ihnen auch ein. Ja, ja. Sehr gut. Nicola, bitte kommen. Ich bin in den Katakomben. Unterwegs zu ihnen. Sehr egal Herr, sind Sie verrückt? Sie dürfte nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Was habe ich dir überhaupt für ein Schätzchen, was sie mir gegeben haben? Ich werde es sicher gleich erfahren, weil ich es testen muss. Nein! Nein! Besser werden wir mit Glück sind an. Verdammt. Schade, dass ich keinen Schalldämpfer habe, aber gut. Muss ich jetzt mit labern. Oh, Moment. Muni, Muni, Muni? Nee. Was habe ich denn da für eine kleine... ach, der Revolver. Okay, bleibe ich erst mal bei. Warum müssen wir über diese... Warum geht die Musik jetzt so ab? Oder sagen wir mal, warum müssen überall die Flaschen liegen? Was? Ich habe doch wohl voll seinen Kopf getroffen. Ja, komm schon. Das war sein Kopf. Nein! Das wäre sowas von sein Schädel gewesen. Alter, wie lange lebt der? Ist das ein Witz? Weißt du das? Das ist ein Witz. Es ist ein Witz. Das ist sowas von ein Witz. Leckt mich doch. Sorry, wie oft will ich das in diesem Let's Play überhaupt noch sagen. Es tut mir leid. Okay. Okay. Was haben wir hier? Muni wäre eher cool. Scheinen sie mir aber nicht geben zu wollen. Oder auch hier. Sehr schön. Okay. Das ist ein Witz. Der Galahal. Eine nervige Komplikation. Verflug kann ich unternehmen. Nikola. Sie müssen jetzt da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Kommunikation offen. Alles wird gut. Nikola. Seien Sie kein Narr. Nikola. Verflucht. Okay. Ein Audiolog. An den Fürsprecher der Gruppe an der amerikanischen Ostküste. Die Ereignisse der letzten Tage haben unter den Leuten hier viele Bedenken geschirrt. Das Empire hält die Monarchie für stabil und Herr der Lage. Doch das ist weit von der Wahrheit entfernt. Sie verfluchen die Unterdrückung durch die Königin. Doch wissen Sie nicht, dass jetzt eine noch mächtigere Gruppierung an der Macht ist. Der Orden hat in ganz London das Kriegsrecht verhängt und ich fürchte, dass es bald kein Zurück mehr geben wird. Die Sentinels, die unter dem Deckmantel der Sicherung ein wachsames Auge auf uns hielten, werfen jetzt den schweren und betäubenden Schatten der Unterdrückung auf uns. Waren wir unter der Herrschaft Ihrer Majestät besser dran? Werden wir uns die Zeit zurückwünschen, als sie aus ihrer Verborgenheit trat, um uns zu beherrschen? Ich habe noch nicht verstanden, warum all dies geschehen ist. Daher bitte ich Sie inständig, mich zurückzuhören. Noch nicht. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir gezwungen sind, zu Ihnen zu kommen und den Ort zu verlassen, der einst unser Zuhause war. Okay, Moment, was habe ich jetzt? Ich habe ihn hier und ihn hier mit 113. Ja, ich probiere es damit. Sir Galahad, geben Sie auf! Okay. Ja, ich... Ich dachte, ich höre Lykaner. Okay. Jetzt schmeißen sie mich aber zu, ne? Granate. Was haben wir hier? Ah, eine Bogenlanze. Was ist das hier? Schrotflinte. Ne, wo ist mein Gewehr? Nein. Wo ist das jetzt? Was ist das? Ah, ja. Was ist das hier? Ne. Ich nehme die Falkion. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. 40 Schuss. 6, aber haut natürlich rein. Ne. Ich bleib bei den Sachen. Und auf geht's. Eine Reichweite? Das willst du nicht tun. Ihr seid ja ein bisschen vieler. Ein bisschen sehr vieler. Nein. Tut das nicht. Ne, ernsthaft? Welcher Spacko hat mich da... Oh Gott. Ja, kommt. Das war... Ja. Ich war zufälligerweise unter Dauerbeschuss. Also unter Dauergranatenbeschuss. Das war ja gut. Was? Ja, und wisst ihr, da kommt einer, der mal gerade anmacht, Bäm und... Und so, yeah. Ernst? Verdammt! Los, Feuer! Scheiße. Dein Ernst? Nein! Granate! Holy! Holy moly! Alter, wer ist das mit diesen scheiß Granaten? Ja, der ist halt Jersey super weggerollt, Galette. Das Ganze? Aber du bist das, Kumpel. Ich hab auch kein Problem, mehr in die Eier zu schießen. Was? Von wo? Von wo? Von wo? Tho Stand Thun Woah! Hi, Kumpel! Alter ist sie! halt so Nein! Bitte! Nein! Nein! Okay. 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 And set. Okay. Wann ist alle? Okay, was hab ich hier? Selbstladekabiner. Sorry, ich muss hier gerade so ein bisschen umtesten, welches ich tatsächlich haben will. 160. Wie viel hat er meins, was ich liegen gelassen hab? 7, 3... Okay, ich probiere es damit. Oh, Muni Muni Muni! Na, toll, einer, na. Better than nothing. Puh. 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 Okay. Habt es? Was? Das willst du nicht alles tun. So ein Mistkerrell. Was? Du bist schon wieder. Okay. Verfluchter Mist. Unglaublich. Okay, hab sie. Ah, der wäre auch so eins gewesen. Na, hab ich nicht gesehen. Hm, ne. Ich geb mir mal ein B hier. Ja. Okay. Nicola. Geht noch der Mann, den ich brauche. Oh! Kann ich Ihnen den Herrn Fünster schon sagen? Kommen Sie mit. Wir haben uns viel zu besprechen. Ja, die Gäste. Verflucht, Alistair! Oh, mein Gott. Okay. Okay. Oh, Scheiße. Okay, Leute. Ich mache ja aber einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan. Eure Katan.